Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent und eine schöne erste Adventswoche. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Kennzeichnung. Die Industrie und ihre Helfer verkaufen uns für dumm. Der Bürger wird am laufenden Band hinters Licht geführt bzw. verarscht. Dieses nur, weil es die Industrie und die Lobby verschiedenster Handelsbereiche erfolgreich schaffen, einer effizienten und transparenten Kennzeichnung nicht nachkommen zu müssen. Ein Video zum Thema Lobbyismus findest du oben unter dem i. Es ist nachvollziehbar, dass Unternehmen gute Umsätze generieren wollen. Um jedoch die Umsätze zu steigern, die Qualität durch Ersatzprodukte herabzusetzen, bei gleichem Preis oder die Mengen durch übergroße Packungen, die nicht anständig gefüllt werden, zu beschönigen, halte ich für nicht legitim. Die erste Kennzeichnung, an der sich etwas tun muss, ist demnach die Verpackungsgröße. Wenn sich der Inhalt einer Ware ändert, jedoch weiterhin die Verpackung in derselben Größe benutzt wird, sollte auf der Vorderseite für mindestens sechs Monate auf den geänderten Inhalt aufmerksam gemacht werden müssen. Am Beispiel Spülmaschinentabs könnte, wenn die alte Verpackung 40 Tabs beinhaltet, hat die neue jedoch nur 35, dann muss für den Kunden sichtbar auf der Verpackung stehen, fünf Tabs weniger. Erst recht, wenn sich der Preis nicht ändert. Alternativ könnte eine kleinere Verpackung den niedrigeren Inhalt verdeutlichen und gleichermaßen durch das Einsparen von Verpackungsmüll die Umwelt geschont werden. Leere oder halbeleere Kartons braucht niemand und belastet nur die Umwelt bzw. lässt die Müllberge unnötig wachsen. Nachdem die Mengen korrekt angezeigt werden und die Verpackungsgrößen vorzugsweise den Kunden nicht mehr täuschen, sollte der Kunde auch immer wissen, was er gerade kauft. Das betrifft ganz besonders den Lebensmittelbereich. Es wurde oft versucht, ein Ampelsystem einzuführen, welches den Kunden über wichtige Inhalte und deren Unbedenklichkeit in beinhalteter Menge informieren soll. Hier hat die Lobby der Lebensmittelindustrie immer wieder geschafft, dieses zu verhindern. Wie schon in meinem Lobby-Video angegeben, darf niemand außer den gewählten Abgeordneten Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Hier ist es deutlich zu sehen, dass Lobbyverbände dem Kunden schaden und Politiker, die dem nachgehen, ihren Job nicht verstanden haben. Die Qualität von Lebensmitteln wird immer schlechter. Um dieses zu verdecken, werden in den Produktbeschreibungen und Inhaltsangaben für den Kunden nicht verständliche Begriffe verwendet. Zudem gibt es Inhaltsstoffe, die nicht deklarationspflichtig sind. Dieses muss unbedingt abgeändert werden. Gerade in Lebensmitteln darf es nicht vorkommen, dass nur ein einziger Inhaltsstoff nicht angegeben werden muss. Auf Verpackungen wird oft geworben, auf der Vorderseite richtig groß, dass keine Geschmacksverstärker verwendet würden. In den Inhaltsangaben findet man nicht selten geschmacksverstärkende Inhalte, wie zum Beispiel Hefeextrakt. Dies ist eine Verbrauchertäuschung und muss abgestellt werden. Genauso wie der Betrugsversuch, dem Kunden zu sagen, es wäre kein Zucker in einem Lebensmittel, aber Ersatzprodukte wie Glucosesirup zu verwenden. In letzter Konsequenz ist das alles dasselbe und sollte unter dem Begriff Zucker, den jeder versteht, angegeben sein. Nur weil man einen für Kunden unverständlichen Begriff verwendet, heißt es nicht, dass der Bestandteil fehlt. Zucker für alles, was auf Zuckerbasis läuft, Zuckerersatz für alles, was auf künstliche Süßstoffe basiert und Fruchtzucker ebenso gesondert angegeben. Auf der Vorderseite hat der Hinweis, ohne Zucker nichts zu suchen, wenn nur ein Süßungsmittel im Produkt enthalten ist. Genauso wenig bei Geschmacksverstärkern, wenn nur ein Inhaltsstoff zur Geschmacksverstärkung beiträgt. Nicht alle Inhaltsstoffe sind für den Kunden relevant. Er sollte aber jederzeit alle Inhalte entnehmen können bei Bedarf, schon wegen möglicher Allergene. Vorzugsweise in Kategorien eingeteilt, welcher Inhaltsstoff welchen Zweck erfüllt. Grundzutaten, Süßen, Geschmacksverstärkung, Salzen, Binden, Würzen, Färben, Lockern, Aromatisieren, Fetten, Strecken und so weiter. Und wenn Inhaltsstoffe verwendet werden, welche eher in einen Chemiebaukasten anstelle in Lebensmittel gehören, rein von der Begrifflichkeit, muss dem Kunden die Möglichkeit gegeben werden, den Inhaltsstoff auf dessen Bestandteile erklärt zu bekommen. Ein QR-Code zu einer entsprechenden Inhaltsbeschreibung wäre da eine Möglichkeit. Im letzter Konsequenz muss auch jeder gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoff aufgeführt und in den Vordergrund gestellt werden. Palmfett und Palmöl bieten der Industrie eine große Gewinnmarge, sind aber gesundheitlich nicht unbedenklich. Bei tierischen Produkten wie Molke, Eier, Fleisch und so weiter sollte auch bei verarbeiteten Lebensmitteln die Lieferkette bis zur Geburt des Tieres zurückverfolgt werden können. Sowas auf eine Packung zu drucken, würde jedoch die Verpackungsgröße negativ beeinflussen, als QR-Code jedoch machbar. Wo ist ein Tier geboren und aufgewachsen? Womit wurde es schwerpunktmäßig gefüttert? Wie lange durch die Mutter gesäugt? Wo und durch wen wurde es mit was gemästet? Durch wen zu welchem Schlachthof transportiert und in welchem Alter? Inklusive Angabe der Transportbedingungen und Entfernungen zum Schlachtbetrieb. Welcher Schlachtbetrieb hat das Tier wann unter welchen Umständen geschlachtet? Welche Lebensmittel verarbeitender Betrieb hat das geschlachtete Tier erhalten und was wurde daraus hergestellt? Welcher Großhändler hat es letztendlich im Einzelhändler, wo der Kunde es gekauft hat, verkauft? So könnte die Kette zum Beispiel aussehen bei Fertigfrikadellen. Jede Station mit Angabe der Adresse, sodass alles zurückverfolgt werden kann. Jeder Beteiligte muss an der Kette mitarbeiten, der Vervollständigkeit wegen, sodass der Großhändler den QR-Code auf dem Produkt anbringen kann. Das Beispiel dann natürlich ausgeweitet auf alle tierischen Produkte. Bei Käse, angefangen bei der milchgebenden Kuh, bei Eiern, beim legenden Huhn. Zum Schluss will ich noch auf Haltbarkeitsregeln und Haltbarkeitsangaben eingehen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum führt bei vielen Menschen dazu, dass Lebensmittel weggeworfen werden. Dieses, obwohl die Ware noch essbar ist. Es sterben auf dieser Welt erheblich mehr Menschen an Hunger und Unterernährung als an irgendwelchen Infektionen. Dennoch landen Lebensmittel auf dem Müll. Ein Video zum Thema Lebensmittelrettung wird es noch geben. In dem Sinne sollten die Hersteller weniger ängstlich sein und nicht zu frühe Mindesthaltbarkeitsdaten angeben, um den Lebensmittelabfall zu minimieren. Zudem gibt es Daten, auch bei Lebensmitteln, die nicht verderben können. Reis, Nudeln, Tee, Kaffee, Salz, Zucker, Kräuter und vieles mehr ist ewig haltbar. Auch Konserven können in letzter Konsequenz nicht kaputt gehen. Es müsste bei unverderblicher Ware auf das Mindesthaltbarkeitsdatum verzichtet werden und bei Konserven, da diese ihren Geschmack verlieren nach mehreren Jahren, auf ein Abfülldatum umgeschwenkt werden. Ich wünsche euch ein schönes zweites Adventswochenende. Ich bin der Ansicht, dass absolute Transparenz auch der Verbesserung der Lebensmittelqualität beitragen würde. Keine Frage, geringfügige Verteuerungen wären unvermeidbar, aber dafür weiß man, was auf seinem Teller liegt. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.